Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu diesem neuen Video. Tippt wie immer gerne mit den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Es gibt mal wieder eine Prognose zur zweiten Liga, sogar komplett. Ich hoffe, es gefällt euch. Es kann durch Corona, durch anderweitige Verletzungen, Ausfälle und Wechsel dazu kommen, dass jetzt mal hier und da ein paar Spieler mitspielen, die gar nicht mehr im Kader sind oder jetzt zumindest nicht spielberechtigt sind, kann passieren. Dann tut mir das leid, aber lässt sich nicht zu 100% vermeiden. Ansonsten 1. Bundesliga kommt auch noch, aber jetzt geht es erstmal los mit Heidenheim gegen Hannover. Viel Spaß und danke fürs Reinschalten. Zum Auftakt in den 21. Spieltag empfängt der 1. FC Heidenheim Hannover 96. Heidenheim und Hannover, beide Mannschaften trennten sich am vergangenen Spieltag mit 0 zu 0. So richtig zufrieden konnten beide auch damit nicht sein. Heidenheim wollte es nun besser machen und hatte auch in der Anfangsphase eine gute Chance, aber Ron-Robert Zieler im Tor der Hannoveraner noch nicht zu bezwingen. Auf der anderen Seite klappte es aber besser. Teuchert mit der Vorlage für Maximilian Bayer ausgekontert. Der 1. FC Heidenheim zeigt sich doch recht luftig in der Defensive. Dieser Treffer bedeutete gleichzeitig auch den Halbzeitstand. Die Mannschaft von Frank Schmidt aber über der Stundemarke, dann mit richtig guten Offensivszähnen. 63. Minute der Ausgleich. Tim Kleindienst, der Ball kommt von der linken Außenseite, flutscht so durch den 16er. Und ein Torjäger steht eben da, wo er stehen muss. Heidenheim nun viel besser. Tobias Mohr 2 zu 1. Spiel gedreht. Hannover 96 im zweiten Durchgang. Gar nicht mehr so richtig auf dem Platz. Nach vorne ging zu wenig. Jetzt auch Ron-Robert Zieler. geschlagen zum zweiten Male. Nachspielzeit Hannover. Spielte es auch schlecht raus. Von hinten verzettelten sich und kassierten dann sogar noch das 3 zu 1. Doppelpack Tim Kleindienst. Ron-Robert Zieler ist noch dran. Kriegt ihn aber nicht rumgeleckt. Ein verdienter Sieg unter dem Strich. Heidenheim im zweiten Durchgang richtig gut. Hannover hatte nach der Führung zu wenig gemacht. Der 1. FC Nürnberg bekommt es mit dem FC Ingolstadt zu tun. Es ist für den Klub eigentlich ein Pflichtsieg. Aber der FC Ingolstadt, er will sich nicht so sang- und klanglos aus der Liga verabschieden. Wie es doch manche erwarteten. Und so sah es auch im ersten Durchgang aus. 25. Spielminute. Die bis dahin größte Chance in der Partie. Sie gehörte den Schanzern. Doch Christian Martin, ja mit den Fingerspitzen ist er noch dran. Applaudiert sich selbst. Vollkommen zu Recht. Das war eine gute Parade. Vom Klub bis dahin relativ wenig zu sehen. Wir sind schon in der 37. Spielminute. Und dann kommt mal ein Abschluss aus der zweiten Reihe. Nikola Dovedan. Toller Schuss. Gehalten von Jendrus. Stojanovic. Der Neuzugang im Tor der Ingolstädter fehlte verletzt. Das war natürlich bitter. Aber toll hier gehalten von Jendrus. So ging es ohne einen Treffer in die Pause. Aber es war durchaus ein offenes und unterhaltsames Fußballspiel. Und der FC Ingolstadt spielte weiterhin auf Augenhöhe. Stefan Kutschke. Röhl zu Florian Pick. 0 zu 1. 58. Minute. Und das war wie gesagt nicht unverdient. Starker Auftritt des Tabellenletzten. Der erste FC Nürnberg. Er wollte hier aber nicht als Verlierer vom Platz gehen. Tempelmann mit der Hacke zu Köpke. Der Ball abgefälscht vor die Füße von Dovedan. Und der gleich noch aus. In der 84. Minute. Das 1 zu 1. Auch der Endstand der beiden Mannschaften überhaupt nicht schmecken dürfte. Ingolstadt braucht unbedingt drei Punkte. Nürnberg ebenfalls um oben dran zu bleiben. Und so sind beide Mannschaften am Freitagabend doch ziemlich unzufrieden. Der SV Werder Bremen hat aktuell einen Lauf. Und so gehen sie auch hoch favorisiert in die Partie mit dem Karlsruher Sportclub. Der KSC musste letzte Woche, beziehungsweise vor zwei Wochen vor der Länderspielpause aussetzen. Das Spiel gegen Sandhausen wurde aufgrund von Corona-Fällen verschoben. Der SV Werder Bremen nutzte den Flow, mit dem sie zuletzt auch Paderborn 4 zu 3 besiegten. So ist es knapp fünf Minuten vor dem Seitenwechsel. Duxch mit dem 1 zu 0. Und Werder machte es noch besser vor der Pause. 2 zu 0. Bittenkurt in der 43. Minute. Der KSC erfand hier nicht rein in diese Partie am Samstagmittag. Das sah man auch auf dem Weg in die Kabinen. Der SV Werder Bremen war an diesem Tag nicht wirklich zu bezwingen. Und sie machten ein sehr konzentriertes, gutes Spiel. Nach hinten extrem kompakt. Nach vorne mittlerweile etwas weniger zu sehen. 70. Minute dann nochmal dieser Abschluss von Niklas Füllkrug. Marius Gersbeck kann den Ball aber noch parieren. Wir springen schon in die Nachspielzeit. Schleusener mit dem Ball in die Mitte. Tide. Aber auch er ist es, der an Pavlenka scheitert. Und so bleibt es am Ende vollkommen verdient beim 2 zu 0. Ein Auftakt nach der Länderspielpause in den Schlussspurt vielleicht für den SVW. Der FC Schalke 04 konnte mit Ergebnissen durchaus in der Regel schon glänzen. Aber fußballerisch war es ab und an mau. Das 5 zu 0 gegen den FC Erzgebirge Aue, das war tatsächlich richtiger Wahnsinn. Auch wenn Aue es schlecht machte, der FC Schalke machte es gut. Und so auch hier beim SSV Jan Regensburg in der Defensive zu spüren. Das ist mittlerweile richtig gut eingespielt, was die Königsblauen machen. Simon Terodde mit dem 1 zu 0. Aber Regensburg ist auch eben durchaus positiv aufgefallen in dieser Saison. Lange Zeit ja sogar Tabellenführer gewesen. Da sind sie mittlerweile nicht mehr. Aber sie zeigen und stellen unter Beweis, dass es trotzdem nach vorne geht. Trotzdem mussten sie einem Rückstand seit der 13. Minute hinterherlaufen. Schalke in der Defensive sehr kompakt. Martin Freisel sehr schwer zu überwinden. Und noch schwieriger wird es natürlich, wenn man nicht mal das Tor trifft. Das ist ein Abschluss von Gimba nicht so schlecht. Geht relativ knapp am Winkel vorbei, aber es kam nicht ganz so viel von Regensburg. Es war keine richtige Aufholjagd. Wir gehen in die absolute Schlussphase. Noch einmal der SSV Jan mit Albers in der ersten Minute der Nachspielzeit. Aber Freisel hält den Ball und den Sieg fest. Die nächsten drei Punkte auf dem Königsblauen Konto, die sind momentan richtig gut in Form. Krisenduell beim SV Sandhausen. Zu Gast ist der FC Erzgebirge Aue. Und da muss jetzt von beiden Mannschaften etwas kommen. Das ist Platz 16 gegen Platz 17. Aue nahm das hier viel besser an im ersten Durchgang. Zu Linsky, zu Nikolas Kühn. Fünf Minuten vor dem Seitenwechsel. Das ist 1 zu 0 für die lila Feilchen. Absolut verdient diese Führung. Sandhausen konnte sich hinten fast nie befreien. Und Aue, das war unglaublich, wo sie auf einmal diese Kraft her nahmen, nach vorne zu spielen. Aber sie brachten es aufs Feld. Prinz Osei Owoso mit dem 2 zu 0 auch in der Höhe durchaus verdient. Der Halbzeitvorsprung. Auswärts scheint es für den FC Erzgebirge ein bisschen besser zu laufen. Das letzte Auswärtsspiel beim FC St. Pauli konnten sie auch gut gestalten. Jetzt aber gerieten sie im zweiten Durchgang etwas unter Druck. Martin Mendel muss hier parieren gegen seinen Ex-Kollegen Pascal Testroth. Ja, und man merkt trotzdem noch bei Aue, dass der eigentlich fehlt hier im Erzgebirge. Aber Mendel hält erstmal für die Gästeelf das zu 0. Kurz vor dem Abpfiff. Aber nochmal Testroth, der zu Ritzmeier 1 zu 2 in der zweiten Minute in der Nachspielzeit. Dieser Treffer, er kam allerdings doch zu spät. Es bleibt beim Sieg für die Gäste. Sandhausen verliert und ist jetzt Tabellen-Siebzehnter. Der FC St. Pauli musste sich erstmal schütteln nach der Niederlage beim Hamburger Sportverein. Die Stadtmeisterschaft verloren. Nun zu Gast der SC Paderborn am Samstagabend ein regelrechtes Topspiel. Zumindest punktetechnisch. Eigentlich Paderborn, ja nur im Tabellenmittelfeld. Neunter ist man momentan. Aber es ist trotzdem ein sehr geringer Abstand auf Platz 3. Aber der FC St. Pauli, er hatte sich was vorgenommen. Die Derby-Pleite vor der Länderspielpause wieder gut zu machen. Der SC Paderborn verlor mit 3 zu 4 gegen den SV Werder Bremen. Was für ein Spiel am Ende unglücklich. Vor allem, weil man auch einige Chancen dort nicht nutzen konnte. Es gab viele Traumtore, aber die einfachen, ja da hapert es manchmal. Und hier ist es auch Florent Muslia, der den Ball etwas zu hoch ansetzt. Und den Pausenvorsprung für den SC Paderborn in dieser Situation verpasst. So ging es erstmal mit dem 0 zu 0 in die Pause. Durchgang 2 der FC St. Pauli wieder mit dem etwas besseren Start. Irvine mit dem Auge raus zu Sebastian Ohlsson. Bleibt dann mit etwas Glück im Ballbesitz. Burgstaller zu Irvine. Eine starke Parade von Hutz, der sich da ganz lang macht und den aus dem Winkel fischen kann. Es war nicht immer hochklassig. Immer wieder gutklassige Phasen, aber unter dem Strich doch etwas zu wenig. Muslia in der 69. Minute noch einmal mit dem Versuch. Aber Nikola Vasil hält auch das zu Null fest. Somit blieb es am Ende torlos zwischen dem FC St. Pauli und dem SC Paderborn. Und so richtig freuen dürfte sich über dieses Resultat auch keine der beiden Mannschaften. Holstein Kiel kann sich Stück für Stück von der ganz unteren Tabellenhälfte bzw. dem unteren Tabellendrittel entfernen. Fortuna Düsseldorf hingegen, die sind mittendrin. Auch wenn zwischen diesen Mannschaften nur 5 Punkte stehen. Es ist eine ganz andere Gemütslage bei den Kieler Störchen. Aber dieser erste Durchgang, er hatte leider gar nichts zu zeigen. Wir hätten gerne ein paar Highlights angebracht, aber es gab tatsächlich keine einzige richtige Torchance. Eben nur einmal beispielhaft gesehen. Kiel versuchte mehr, aber Düsseldorf stand in der Defensive so gut, dass da die Störche auch nicht durchkamen. Es wurde aber zum Glück besser in der zweiten Hälfte. Schlechter konnte es auch nicht werden. 59. Spielminute. Das mal eine sehr gute Möglichkeit. Nicht ganz platziert genug. So kann der Ende den Ball noch erreichen. Und um den Pfost lenken. Aber Düsseldorf war dichter dran am Führungstreffer. Sobotka zu Edgar Pripp. Wieder zu Sobotka. Sobotka Zimmermann. Da muss man eigentlich mehr draus machen. In so einer Situation kein Abseits wäre es gewesen. Aber wieder zu zentral. Den kann Däne im Nachfassen sogar festhalten. Und so blieb Kiel im Spiel. 90. Minute. Bartels zu Benedikt Pichler. Und er setzt den Lucky Punch zugunsten von Holstein Kiel. Unglaublich. Super bitter für Düsseldorf. Die machten eigentlich eine gute zweite Halbzeit. Aber am Ende stehen sie mit leeren Händen da, weil Pichler die drei Punkte für Holstein Kiel besorgt. In der allerletzten Minute der Partie. Der SV Darmstadt hat vom Sieg des Hamburger SV gegen den FC St. Pauli profitiert. Und ist jetzt aktuell Tabellenerster. Also ein Topspiel hier. Darmstadt Erster gegen Hamburg Fünfter. Und punktetechnisch liegen da auch fünf Punkte zwischen. Der SV Darmstadt trotzdem nicht unbedingt in der Favoritenrolle. Die Vorzeichen eigentlich ziemlich ausgeglichen. Aber die Lilien, sie konnten erstmal besser Fuß fassen in diesem Duell. Der HSV kam erst kurz vor der Pause mal auf. Glatze kommt aber nicht durch. Patrick Pfeiffer klärt es nicht gut genug. Kinzombie sieht. Ludo wird reißen. Und der hat zu viel Platz und haut ein absolutes Traumtor raus. Was für ein Schuss. Und der ist wie gemalt. Da kann man fliegen, wie man will. Masselt Schuhen, streckt sich. Aber der ist nicht zu erreichen. Ein Traumtor bringt erstmal die Halbzeitführung für den HSV. Die nicht unbedingt verdient war. Darmstadt leicht besser im Spiel. Aber das bringt einem am Ende auch nichts, wenn man die Tore nicht macht. Und so sah es auch erstmal im zweiten Durchgang aus. Daniel Heuer-Fernandes. Ein sicherer und wichtiger Rückhalt mittlerweile beim Hamburger Sportverein. Der HSV zog sich lange Zeit zurück. Kam erst kurz vor dem Ende mal wieder zu einem besseren Offensivspiel. Glatzel zu Bagriyatta. Ah ja, Yatta im Zusammenspiel. Es geht ein bisschen zu schnell für Darmstadt. Glatzel aber nicht mit dem 2 zu 0 in der 85. Spielminute. Marcel Schuhen hielt es ergebnistechnisch spannend. Doch es sollte nicht mehr kommen vom SV Darmstadt. Sie verlieren das Topspiel gegen den HSV mit 0 zu 1. Ein Kracher zum Abschluss des 21. Spieltags Dynamo Dresden gegen den FC Hansa Rostock. Und hier geht es um wichtige Punkte für den Klassenerhalt. Und die Gäste von der Ostsee. Die Kogge, sie legte gut los. Jean Verhook scheitert aber an Dresdens Ersatzkeeper Kevin Broll. Ja, die Hand setzt noch aus aktuell. Auf der anderen Seite Drehal, der Neuzugang bei Dynamo Dresden im Winter neu dazugestoßen. Wird hier in Position gebracht, der Abschluss. Aber alles andere als gefährlich. Keine Tore zur Pause. Aber dann sollte die Partie richtig an Fahrt aufnehmen in den zweiten 45 Minuten. Dynamo Dresden wollte zeigen, wer Herr im Haus ist. Und das sah so aus. Kade da ferner. 1 zu 0 Dynamo Dresden. Christoph da ferner mit dem Führungstreffer. Da kann sich Kolke lang machen. Den kann er nicht erreichen. Harter, präziser Schuss. Stark gemacht. Die Stundenmarke geknackt. Dann Hansa Rostock mal per Eckstoß. Bahn auf Ryan Malone. Und da haben wir den Ausgleich. 62. Minute steigt da einfach am höchsten. Da fliegen sie noch durcheinander. Elas bleibt aber nicht nah genug da an. Ryan Malone eben mit dem 1 zu 1. Ein spannendes Derby fand noch nicht sein. Ende. Brandon Borello. 87. Minute. Das 2 zu 1. Und Kolke kann wieder mal nur hinterher schauen. Bitter. Die Krake konnte nicht viel rausholen. Hansa Rostock kam aber nochmal. 3 Minuten gab es oben drauf. Und Simon Rhein setzt den Schlusspunkt. Und wie. 2 zu 2 in der dritten Minute in der Nachspielzeit. Was für ein Abschluss. Und da wird Hansa Rostock natürlich zufriedener rausgehen. Aus dieser Partie durch den Last-Minute-Treffer. Dynamo Dresden war dem Sieg so nah. Jetzt müssen sie sich mit einem 2 zu 2 zufrieden geben. Jo, hier habt ihr ganz kurz im Überblick die Ergebnisse. Und die Tabelle drückt gerne auf Pause. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Mal wieder 2. Liga. Ich hoffe es hat euch gefallen. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Und Adios. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.